Und ich sage Hallo und ein ganz ganz herzliches Willkommen. Mein Name ist Damakasch und du siehst ein kleines Infovideo. Dieses Infovideo richtet sich vor allem an alle Let's Player und YouTuber da draußen. Kennst du das Problem, dass du nicht genau weißt, wie du mit deiner Stimme spielen kannst, um ein Let's Play interessant zu gestalten? Oder rutscht dir, wie mir auch oft, ein Ähm, ja, okay, als Lückenfüller heraus? Ich habe einen Gast eingeladen und der wird mich nächste Woche besuchen und dem kann ich alle Fragen rund um das Sprechen, Kommentieren und vernünftige Betonen stellen. Hast du eine Frage zum richtigen, guten Kommentieren, dann stell sie mir unten in die Kommentare und ich gebe die Fragen an den Coach Matthias Schwem weiter. Und das war es auch schon. Ich sammle noch all eure Fragen ein bis zum Sonntag, den 21.2. Die Woche drauf wird dann das entsprechende Video kommen. Wenn du dieses nicht verpassen möchtest, dann lass mir gerne ein ganz kostenloses Abo da, indem du unten auf den roten Abonnieren-Button drückst. Jetzt danke ich dir sehr fürs Zuschauen. Ich bin sehr gespannt auf deine Fragen und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Ciao!